Aber noch anderes hat wohl schon manchen Bibelleser zu schaffen gemacht. Da finden sich bisweilen Berichte über ein und dieselbe Begebenheit, die nicht in allen Einzelheiten unter sich übereinstimmen. Zum Beispiel die Geschichte vom Hauptmann in Kapernaum oder die Opfergeschichte und andere mehr. Nun kommen gleich die argen Gedanken. Aber darf man denn der Bibel noch trauen, wenn sich zeigt, dass ihre Berichte nicht immer bis ins Einzelste und Kleinste hinein genau sind? Ich frage wieder, tut denn das der Erkenntnis unseres Herrn und Heilerns irgendwelchen Eintrag, wenn in der Erinnerung seiner Jünger nach so und so vielen Jahren die äußeren Umstände sich nicht mehr ganz übereinstimmend darstellen? Mir scheint, dass gerade in der Unbefangenheit, mit der sie aus ihrer Erinnerung wiedergaben, was sie von Jesus zu berichten hatten, der beste Beweis dafür liegt, wie sehr es ihnen einzig und allein darum zu tun war, ihren Herrn und Meister Jesus Christus in seiner göttlichen Größe und Herrlichkeit der Welt zu verkündigen und dass sie es eben darum gar nicht darauf angelegt haben, bei ihren Berichten künstlich eine vollkommene Übereinstimmung in Nebensachen herzustellen. Ihn uns zu verkündigen, als den uns von Gott gesandten Retter von Sünden, das war ihnen die eine große Hauptsache. Und mit vollkommener Übereinstimmung haben sie ihn verkündigt, als den großen, barmherzigen Helfer in Gottes Kraft, der durch seinen Kreuztod und seine Auferstehung unser Heil und Leben geworden ist. Wahrlich, Jesus bleibt der herrliche, liebreiche, wunderbare Helfer in Gottes Kraft, ob der Hauptmann zu Kapernaum selber zu Jesus kam oder ob er Boten sandte. Und die Tatsache der Auferstehung bleibt treu und fest bezeugt zu Trost und Freude unseres Herzens, ob am Ostermorgen zwei oder drei Frauen zu Grabe kamen und ob ein oder zwei Engel ihn die Osterbotschaft verkündigten. Aber noch etwas muss genannt werden, und das ist vielleicht für einen nachdenksamen Bibelleser das Verwunderlichste. Schon oben wurde darauf hingewiesen, dass im Alten Testament nicht überall die geläuterten Vorstellungen über Gottes Wesen und Gedanken sich finden, zu denen uns Jesus geführt hat. Auch Männer, die mit Gott im Verkehr standen, reden zuweilen so, dass man deutlich sieht, ihre Gedanken von Gott und von dem, was zum Leben in Gott gehört, unterliegen noch einer gewissen Schranke. Viele in Israel haben die Höhe des Verständnisses für Gott noch nicht erreicht, das sich in dem Wort des Hosea ausspricht. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Und lange war die Erkenntnis der Propheten von Gott als dem Hocherhabenen, der sich mit nichts Menschlichem vergleichen lässt und der der Gott aller Völker und nicht bloß Israels ist, nur das Eigentum weniger im Volk. Besonders in den Psalmen werden des öfteren Stimmen laut, die vom neutestamentlichen Standpunkt aus betrachtet, der vollkommenen Gotteserkenntnis noch nicht entsprechen. Wenn da so manches Mal die Zuversicht zu Gottes Hilfe sich auf die eigene Gerechtigkeit stützt, so ist das offenbar ein anderer Standpunkt als der, den Paulus predigt, von der Rechtfertigung allein aus Gnaden aufgrund des Glaubens. Und wenn gar gelegentlich die Rache auf das Haupt der Feinde herabgefläht wird, so haben diese Beter eben noch nicht erkannt, dass zur Vollkommenheit nach Gottes Sinn, das Liebet eure Feinde gehört. Aber auch die große Sehnsucht nach Jerusalem und seinem Tempel, die so oft ergreifend hervorbricht, zeigt, dass diese frommen Israeliten eben noch nicht mit der Samariterin bei Jesus in die Schule gegangen sind. Jesus hat mit Bedacht in der Bergpredigt dem, ihr habt doch gehört, dass zu den Alten gesagt ist, sein, ich aber sage euch, gegenübergestellt. Wollte nun einer fragen, warum hat denn Gott nicht dafür gesorgt, dass auch den Alten schon das volle Verständnis für sein Wesen und seine Gedanken aufging und dass die Frommen des alten Bundes in der Bibel immer so von Gott und zu Gott redeten, wie es der höchsten Stufe der Wahrheitserkenntnis entspricht? So wäre dem zu antworten. Deshalb, weil Gott weiser und geduldiger ist als die Menschen, die immer so viel an der Bibel auszusetzen haben. Ein weiser Vater vergewaltigt sein Kind nicht und will es nicht künstlich mit einem Schlag zu einem Mann mit klugen Gedanken und Worten machen, sondern er erzieht mit langmütiger Geduld und nimmt sein Reden liebevoll an, ob ihm auch noch mancherlei gebricht, wenn es nur aus einem aufrichtigen Herzen kommt. So hat auch Gott sich in liebevoller Geduld seines Volkes Israels angenommen, hat ihm zunächst einmal seine Gebote gegeben, damit es zuerst die Grundlage aller Frömmigkeit gewinne, die Furcht Gottes und den Gehorsam und hat die Stiftshütte und den Tempel mit seinen gottesdienstlichen Ordnungen ins Volk hineingestellt, damit es zunächst in äußerem Gottesdienste lerne, Gottes Angesicht zu suchen und zu verstehen, was der Mensch Gott schuldig ist. Und wenn dann die frommen Israels in ihren Liedern und Gebeten ihr Herz vor ihm ausgeschüttet haben, so ist ihnen Gott nicht in die Rede gefallen, auch wenn sie dabei einmal aussprachen, was noch nicht der vollkommenen Gotteserkenntnis entspricht, sondern hat ihr Herz angesehen und ihr Reden angenommen, weil das Herz mit ganzem Ernst auf ihn gerichtet war und sie es redlich meinten. So wurde das Gesetz und die Gottesdienstordnung Israels, den Fromm des Volkes vorerst einmal ein Zuchtmeister auf Christum. Und erst als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn, der diejenigen, welche demütigen und aufrichtigen Sinnes unter dem Zuchtmeister Gott suchen und ihn dien gelernt hatten, zur vollen Erkenntnis und zur Freiheit der Kinder Gottes führte. Und dieser Stufengang der Belehrung und Erziehung ist deshalb in der Bibel niedergelegt, weil die Menschen auch heute noch der göttlichen Erziehung bedürfen, um zur ganzen Gotteserkenntnis und vollkommenen Gottesgemeinschaft zu gelangen. Und wir wollen dankbar dafür sein, dass wir in der Bibel Gottes Weisheit und Geduld in der Erziehung der Menschen schauen dürfen und dass wir hier ein Buch haben, in dem zu allen Zeiten die, welche Gott mit Ernst suchen, finden dürfen, was sie jeweils nach dem Stand ihrer Erkenntnisfähigkeit und ihrer inneren Entwicklung brauchen, um dem Ziel der vollkommenen Gotteserkenntnis und des Lebens in Gott zugeleitet zu werden. Mit dem Gesagten sind nun freilich gewiss nicht alle Steine aus dem Weg geräumt, an denen ein Bibelleser sich etwas stoßen könnte. Insbesondere ist es vielleicht auch die eine und andere Wundergeschichte, über die er schwer hinwegkommt. Allein weil wir es in der ganzen Bibel mit dem wunderbaren Gott zu tun haben, darf es uns nicht Wunder nehmen, dass er viel Wunderbares tut, das uns unbegreiflich erscheint. Und dass wir ihn erkennen, hängt auch nicht davon ab, dass wir uns alles Einzelne zurechtlegen können, sondern daran liegt's, ob wir vor seiner Größe und Herrlichkeit, die jedem offenen und wahrhaftigen Menschenherzen unzweifelhaft in diesem Buche entgegenleuchtet, uns beugen und dankbar zu Herzen fassen, was wir erfassen können. Ich wollte mit dem, was ich ausführte, nur an einigen Beispielen zeigen, wie man sich beim Bibellesen durch das, was nicht auf den ersten Blick verständlich erscheint, nicht beirren lassen soll, weil bei tieferem Eindringen in den Geist der Schrift der Blick immer freier und heller und unsere Anbetung Gottes immer tiefer wird. Zusammenfassend möchte ich sagen, die Bibel ist ein Buch, das Gott durch Menschen schreiben ließ, auch durch Menschen, die noch nicht in allen Dingen die vollkommene Erkenntnis besaßen. Und zwar nicht nur in äußerlichen Dingen ist auch ihr Erkennstückwerk, sondern selbst über Gott und den Dienst Gottes haben sie noch nicht immer die letzte Stufe der Erkenntnis erreicht. Und Gott hat sie nicht auf Schritt und Tritt korrigiert, sondern hat sie reden lassen, auch aus den Anschauungen ihrer Zeit heraus und hat jedem seine Eigenart gelassen, sodass sie in eines jeden Sprechweise deutlich zum Vorschein kommt. Aber er hat mit Sorgfalt über ihrem Schreiben gewacht und dafür gesorgt, dass wir von Stufe zu Stufe emporgeführt werden und in seinem Wort den Weg finden können, auf dem wir zu ihm kommen und die ewige Lebensgemeinschaft mit ihm gewinnen dürfen. Und ist denn nicht gerade das etwas ganz Großes, Wunderbares und Anbetungswürdiges, dass Gott Menschen in ihrer Schwachheit und Unvollkommenheit gewürdigt hat, seine Werkzeuge zu werden und dass er sie ausgerüstet hat mit seinem Geist? Eben darum, weil sie von Gottes Geist geleitet waren, haben sie trotz ihrer Schwachheit so von Gott und den göttlichen Dingen reden und schreiben können, dass bis zum heutigen Tag willige Menschen in der Bibel die göttliche Wahrheit erkennen und ihn selbst, unseren Gott, finden dürfen. Sei achtsam! Die Schlange enttarnt ihresgleichen nur, damit sie dein Vertrauen gewinnt. Sie offenbart die Listigkeiten ihrer Artgenossen, um dich zu umgarnen und mit denselben Betrügereien einzuwickeln. Puh, danke für die Rettung! Sei wachsam! Schlangen sind listiger als alle Tiere des Feldes. Bestelle das Fiebelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fiebelzeit.de und eine� enge für uns. Fieelbetrie